Musik Also gleich gibt es hier den zweiten Versuch, das Boot von Dieter hier auf die Straße zu ziehen und dann ins Wasser zu bringen. Schauen wir mal. Acht Tonnen Aluminium und dann ist da noch eine Tonne Zeugs drin von ihm selbst. Vorne schleift die Deich für. Geh mir zumute ist? Ist aufgeregt ein bisschen? Nein, überhaupt nicht. Ja, wenn es runterfällt die Scheiße. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen. Das war's für ein Malmögen. Das war's für ein Malmögen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020